moin freunde und willkommen zurück auf meinem kanal ja heute gibt es tatsächlich schon ein abschluss 2019 jahres abschluss 2019 video meine messer des jahres warum so früh das hat einen ganz einfachen grund ich habe für die kommenden sechs sieben wochen die das jahr noch so hat ja er sie mal sechs heute ist der zehnte november noch so viel geplant dass wirklich 110 prozent meiner kraft meiner ausdauer und auch meiner freizeit verschlingen wird dass ich angst habe nicht mehr dazu zu kommen diese videos nach weihnachten zu drehen oder ins neue jahr hinein das ist nicht mehr von dem wirklich großen interesse muss ich ganz ehrlich sagen da hat man sich meistens schon auf das neue jahr fokussiert und der blick zurück erscheint doch irgendwie ja nicht mehr so angebracht deswegen habe ich mir überlegt dieses video heute zu drehen und bevor wir loslegen und da ich gerade schon zehn minuten von diesem video gedreht habe bis meine kamera dann den geist aufgegeben hat und das video nicht abgespeichert hat trinke ich mir jetzt erstmal einen leckeren schluck radler alkoholfrei auf euch und dann legen wir los ja die meisten der messer die ich euch jetzt zeige habe ich auch in separaten videos schon vorgestellt nicht alle muss ich dazu gestehen aber die meisten werdet ihr eh kennen nummer eins und direkt eins mit der besten action des jahres ist das böcker plus jim berg hitman ja mit dem hitman fange ich an weil es mich beeindruckt hat weil ich die möglichkeit hatte es direkt vor laufender kamera mit dem custom zu vergleichen und viele von euch von den zuschauern gesagt haben dass sie tatsächlich die böcker version besser finden das ist beachtlich das passiert nicht allzu oft und darüber hinaus muss ich gestehen dass böcker hier ein ganz ganz großer wurf gelungen ist das messer ist wirklich sehr plain die titan show site ist komplett glatt einfach nur im stonewash versehen keine aufwändige achsschraube einfach nur die beiden schräubchen die hier oben als mitten mit standoffs verbunden die beiden schalenpaare beziehungsweise die beiden titan scales zusammenhalten wirklich komplett unaufgeregt dann aber dieses großartige klingen design vg 10 stahl toller flipper diesmal auch eine recht anständig gestaltete framelog seite die habe ich ja das ein oder andere mal bei böcker plus kritisiert ja da sind dann teilweise noch nicht mal schrauben verbaut gewesen auf der rückseite sondern da guckte einfach nur das ende der schraube von der show site durch das geht natürlich nicht dass das macht nichts her und optik ist ein ganz ganz großes thema und deswegen ja gut gemacht in dem fall das hitman macht einiges besser als es vorherige messer getan haben aus der titan frame block kollaborations sparte mit böcker plus habe ich noch ein modell ebenfalls sehr günstig fast unverschämt günstig geschossen liegt vielleicht ein stück mit dran dass dieses messer nicht die aufmerksamkeit bekommen hat in der szene die es vielleicht verdient hätte die rede ist vom mikkel willemsen design dreht ja nicht dread auch wenn google immer möchte wenn ihr böcker plus willemsen dreht eingebt wenn google euch da immer zu dread verbessern möchte das ding heißt glaube ich tatsächlich ich habe es mehrfach nachgeguckt ja diese optik wie ein fisch mit mit geräten die kommt vielleicht nicht von ungefähr ich könnte mir durchaus vorstellen dass das gewollt war ich habe beim ersten mal habe ich da immer das pure menschiro dazu gesagt die ähnlichkeit mit dem f95 turtle pattern ist vielleicht tatsächlich gegeben natürlich nur auf den ersten blick aber davon abgesehen ist das schon ein ziemlich ziemlich cooles teil und ich glaube das gab es dann im ausverkauf für um die 50 euro für einen titan frame block folder aus dem hause böcker plus ja konnte man kaum dran vorbeigehen ganz ehrlich das nächste das ich euch zeigen möchte ist durch einen tausch zu mir gekommen das ist jetzt kein titan frame lock sondern ein edelstahl frame lock und vielleicht das mit der besten action und für viele vielleicht auch das interessanteste design das ist das real steel element mikata wirklich cooles teil ziemlich großes messer ich glaube das ist auch irgendwo bei 21 5 das hat also schon richtig richtig was in die waagschale zu werfen durch die edelstahl frame lock seite verhältnismäßig hohes gewicht das ding liegt also richtig satt in der hand die handlage ist richtig gut also die ergonomie das teil macht auf jeden fall nicht nur spaß sondern auch jede menge sinn klar die poltergeist works designs in kollaboration mit real steel die haben so ein bisschen die letzten 12 14 15 monate bestimmt das fing ja glaube ich an mit dem 3001er ziemlich klein nicht für jede hand geeignet aber das teil hat dennoch wellen geschlagen und im zuge der zusammenarbeit zwischen real steel und poltergeist works ja ging es wirklich schlag auf schlag und da war dann im endeffekt garantiert für jeden was dabei für mich sogar mehrfach denn ich habe mir auch noch ein fixed gegönnt das passiert bei mir ja nur relativ selten in dem fall auch aus der kollaboration zwischen poltergeist und real steel knives das ist das sorrow ziemlicher klopper ich habe auch eine vorstellung dazu gemacht ja absolutes fighter design die handlage bei dem recht schmalen griffes großartig die daumenauflage die kleine rampe das messer ist ja einfach einfach großartig die seien durch und durch hat eine sehr ich möchte fast sagen aggressive optik aber ich finde es einfach wunderschön und total gelungen und ihr bekommt dieses messer mit war das d2 stahl ja d2 stahl dann ist das klein gemarkt für unter 100 euro manchmal um die 80 euro und für dieses geld ist das auf jeden fall eine überlegung wert jetzt muss ich ein ganz klein bisschen platz machen hier denn etwas kommt noch zwei kleinigkeiten möchte ich in dieser vermeintlichen kategorie noch zeigen also die messer die in kollaboration mit messer machen oder messer designern entstanden sind das erste wäre das CRKT Pilar ein messerchen das zum absoluten evergreen taugt also das ding könnte tatsächlich auf jahre hinweg so eine feste größe in der in der edc rotation vieler vieler messer begeisterter spielen für kleines geld bekommt man hier ein ergonomisch herausragend gestaltetes taschenmesser das mich anfangs optisch überhaupt nicht packen konnte dieses ding gewinnt bei mir einzig und allein durch die fantastische handlage durch die ergonomie es sind nicht die materialien mit edelstahl griff und ich glaube es war 88 13 mov klinge das ist also nichts wurde mich noch irgendwie mit locken könntest allerdings findet das dann in die hand nimmst und merkst wie fantastisch das design ist und selbst für eine große hand top geeignet ist dann beginnt dann so ein leichtes umdenken und man wird schnell zu einem fan dieses kleinen messerchen ganz ehrlich und das letzte in dieser kategorie ist noch mal china produktion allerdings nicht für einen großen westlichen hersteller sondern in eigen produktion das ist das bestech tulip gerade erst auf dem markt erschienen das hier ist ein prototyp der mir vom sascha von writing turning flipping zur verfügung gestellt wurde ich habe dieses messerchen erst vor ein paar tagen dann offiziell vorgestellt als bestech dann auch in die offensive gegangen ist und das messer dann mal per bild und per foto auf den sozialen netzwerken präsentiert hat ein fantastischer kleiner box cutter so ein abgewandeltes kiridashi das ganze als titan frame lock folder interessante farbe es gibt dieses purple und es gibt es in blau stahl beim prototypen keine ahnung wenn ich das jetzt richtig im kopf habe kommt die serienversion mit s 35 vn was ja durchaus ein top stahl ist und ganz ehrlich für ziehende schnitte als 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 box cutter ist das teil hier absoluter wahnsinn ja bevor es jetzt zur nächsten kategorie geht wo ich noch gar keine ahnung habe wie ich das jetzt überleiten soll mache ich mal ganz klein bisschen platz das gehört da schließlich auch dazu dass man ein bisschen aufräumt bevor es weitergeht ich habe schon überlegt ob ich mehrere teile daraus machen soll das werden mehrere videos oder wahrscheinlich zwei videos mit etwa 10 12 minuten und ja wenn ich so darüber nachdenke würde ich ganz einfach sagen das machen wir doch so teil 1 meines jahres rückblick sei hiermit beendet teil 2 wird sofort hier hinter abgedreht und dann natürlich auch heute noch hochgeladen vielen dank fürs zuschauen ich wünsche euch noch einen schönen tag und sage wie immer wir sehen hören und lesen uns schon bald wieder bis dahin